Ich bin schon nervös wegen der Prüfung. Es gibt viele Möglichkeiten, um sich da einzuknoten. Bist du froh, wieder Level 3 zu sein? Nichts nicht sicher. Nichts nicht sicher. Ich gehe jetzt nach unten und werde ich weitergehen. Das ist eine kleine Entrie. Hier befindet sich das Olympiastadion und unser Job heute ist, einen großen Bildschirm im Prinzip zu machen. Dann installiert er die zweite Linie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017